Hallo und willkommen zurück hier. Ja, ich hatte wieder ein wenig was Scheiße gebaut. Gefailed. Ja. Ich kann es euch nicht schwören, aber ich habe jetzt Maßnahmen getroffen, dass das nie wieder vorkommt. Eins sehr schöne. Na ja, ich habe meine Stimme in der letzten Folge nicht aufgenommen. Das ist sehr gleich wie in der zweiten Folge. Also in dieser einen Folge, jetzt den Anfang dieser einen Folge. Ja. Nur zusammengefasst, was ich gesagt habe. Eigentlich nicht so viel. Ich habe nur gesagt, Maltes Ding da, was er da gemacht hat, sieht cool aus. Ja. Ja. Geil. Und? Was habe ich noch gesagt, Leute? Und du hast O gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du aufnimmst. Ah ja. Dann hat Malt gesagt, Ken, hast du wieder was falsch gemacht? Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann, hoffentlich hast du aber das City aufgenommen und dann ist mir nicht ganz eingefallen, ob ich das wirklich gemacht habe. Dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gemacht habe. Dann wurde ich im Gegenteil überzeugt. Na ja. Ähm. Ja. Und zum Glück habe ich die Folge noch beendet kurz. Aber nicht deshalb, sondern wegen was anderem. Aber na ja. Ihr werdet es ja schon noch merken. Ja. Ach ja. Der Fehler. Mal wieder. Typisch. Aber, das macht ja nichts. Ich kenne Polen. Polen. Sag bitte Polen und nicht Polen. Ich habe Polen gesagt. Ich habe Polen gesagt, Penner. Ich habe voll Polen angehört. Was bist du für ein Rassist? Echte. Was bist du für ein Rassist? Ein Rassist? Was bist du ein Rassist? Echte. Warum ist hier ein Weg nach draußen? Hier sollte kein Weg nach draußen sein. Außer ich brauche hier so eine extrem coole Tür hin. Da komme ich von hinten in mein Haus rein. Da muss ich nur noch gute Sachen placen. Cool. 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 So. Wie wir alle einfach nur das Dschungelholz benutzen. Ich nö. Ja, ich finde das ist mal so eine angenehme Abwechslung zu diesem kack anderen Holz. Das man einfach dauerhaft benutzt. Ach so, wie sieht das mit meinem Texture Pack eigentlich ganz gut aus? Ich finde das sieht auch so ganz cool aus eigentlich. Ja. Also ist jetzt... ist halt Minecraft, ne? Nein. Ich weiß nicht, ob da irgendwas wirklich gut aussieht, aber... Ich glaube schon eigentlich. Conrad, das ist Ansichtssache, ja? Ja, es tut mir leid. Du haltest die Fresse, Mann! Ja, wir sollten irgendwann mal eine richtige Bambus-Kontage machen, weil die sieht wirklich hässlich aus. Ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber... Boah, Mann. Ja, ich bin nicht der Mann für... Jetzt hast du meistens Kinder als Typ. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur... Ich wollte nur... Bau einfach eine normale Bambus-Kontage selber. Aber ich hab halt keinen Bock darauf. Ich bin das scheißig. Da kann ich Spaß dran. Okay, okay. Schon gut. Schon gut. Dann... Ja, ich denke, wir machen die Folge ein wenig länger... Um unsere Zuschauer... Unsere zahlreichen Zuschauer zu entschädigen. 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 Wir setzen uns eben gerade... Wie viele Leute zu... Zwölf bis... Zehn. Na ja. Vielleicht. Wenn die das Video... Jeder einzelne von ihnen ist uns wichtig. Jeder Viewer ist ein Held. Ja. Ein Held. Achso, ich wollte euch nochmal hier Freddys Haus zeigen. Ähm, Haus. Und da lag ein Songefleisch rum. Wollen wir das nicht verschönern, wenn Freddy weg ist? Dann wird er das einfach nicht. Dann wird er das eh wieder zerstören. Der interessiert das ja nicht wirklich. Heute in der Aufgabe wird die Welt. Das sieht schön aus. Was sehen wir denn da? Ein wildes Konrad appear. Hallo. Hallo. Ne, das sieht cool aus, dass du was machst. Weißt du nicht, was du machst? Eine zweite Etage? Ja, eine zweite Etage. Und mit einem Weg... Ah, cool. Das ist nice. Das machst du schön. Das machst du sehr schön. Das war so super. Was denkst du denn, was ich da gerade mache, bitte? Boah, da fiel auch nice aus, Alter. Ich sag mir erst mal was, was ich mache. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was du denkst, was ich mache. Eine zweite Etage und da hast du noch einen Weg auf den Boden da hinten gemacht. Ne, aber hier, diese Stone Slap. Da hab ich nicht so gut drauf bekommen. Das sieht nur aus. Ja, ich fand das drücken. Aber trotzdem sieht da nicht so aus. Fick dich! Nein. Ah, kennst du Kunstbog oder auch noch? Ich bin die Einwerte einfach nur in der Gegend rum. Okay, du kannst bei mir bald auch nochmal vorbeikommen. Achso, hast du auch mehr gemacht? Ja, ein stetiger Wandel hier. Hier kannst du immer reinkommen. Die Tür steht hier immer offen. Na, ich hab rechtsklick drauf gemacht. Sag mal, sieht die Tür eigentlich in einer anderen Farbe anders aus? In einem anderen Holz anders aus? Ne. Genauso bin ich wie Stones... äh wie... Ich weiß. Holz Slaps, glaub ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, dass das jetzt schon oben wurde. Und äh... Fackeln oder so. Schwimmt. Ja, okay. Fackeln. Aber ähm... Geleitern und sowas zum Beispiel. Okay, ich komm dann rein, Malte. Warte, 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 warte. Oh, du hast die Symmetrie reingebracht. Naja, aber hier brennt die gar nicht. Ich weiß nicht, ob das noch so nötig ist. Halt die Fresse. Oh. Schauen wir uns. Ja, guck mal. Hier ist mein kleines Beet. Hier. Hier. Wundervoll. Sehr schön, sehr schön. Verfolge mir... Folge mir bitte... Weißt du, was du machen musst? Du musst die Decke auskleiden. Geh weiter. Ja, ich weiß. Folge mir bitte in den Keller. Also hier, hier ist wohl bescheidenes. Mein bescheidener Scheiß, wo ich Dinge so gehe. Okay. Und hier kommt... Hier kommt jetzt in Kürze links und rechts Truhen rein. Und hier ist mein kleiner Ausgang in Richtung... ...Dschungel. Und wenn du ihn von außen anguckst, dann sieht das mega nice aus, warte. Malte. Nice. Sehr schön, Malte. Da hat er aber was gewissen, Alter. Da bist du dich zum verachten. So, und jetzt kommst du hier nicht mehr rein. Weißt du was, Malte? Ja. Ich komm doch nochmal rein. Ja, okay. Hier, die Tür steht hier immer offen. Ich hab nicht schafft, das wieder reinzukommen. Oh, ich bin zu weit. Ja, okay, ich mach mal die Tür zu. Äh... Hallo, Malte. Ich weiß nicht, in welcher Farbe ich gehe. Soll ich die Decke einfach in Dschungelholz auskleiden? Ja, ne? Ja, würde ich sagen. Aber ich mach wahrscheinlich meinen Boden zum Beispiel in dunklem Holz. Oder ich mach meine Decke einfach aus Cleanstone. Ja, das kannst du eigentlich auch machen, ja. Das ist auch ganz nice. Weil... Sonst ist das... Aber willst du nicht noch vielleicht deine Decke einen Block weiter hoch aussehen? Nein, danke. Ich finde das ganz cool. Weil ich, wenn ich da reingehe, soll Platzangst. Außerdem ist, äh, eine Etage höher schon... ...schon Dings da. Ne, ne, ich muss leider. Äh, außer ich mach mal den Boden tiefer. Ich hab keinen Bock drauf. Ja. Ich hab echt zu viel Arbeit. Verständlich. Verständlich. Ja. Ne? 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 Ja. Ne? 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 Oh Gott! Ne? 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 Scheiße, warte mal, wenn ich hier alles aus Stein auskleide, dann sieht man das doch oben, oder? Ja, okay, das ist noch okay. Verdammt. Das habe ich nicht gedacht. Dass das so eine schwere Geburt hier wird. Ich habe doch lieber mal ein Haus mit Grundriss gebaut, aber da weiß ich nie, wann ich aufhören soll, irgendwie. Oh Mann, ich habe zu wenig Platz auf dem Dach. Wofür? Auf der zweiten Etage. Nies, aber mies. Warum willst du eine zweite Etage machen? Weil ich jetzt auf der zweiten Etage habe und nicht so wenig Platz unten habe. Gut. Könnte ich jetzt ja noch einen Keller machen. Ne. Okay. Obwohl, einen Keller mache ich wahrscheinlich auch nach. Ich glaube in meinem, wenigstens in meinem Schlafzimmer kommt jetzt wenigstens ein bisschen was Decke rein, damit da. Damit da ein wenig Gemütlichkeit noch reinkommt. Damit das, erstens, falls es da geht, und zweitens, damit das nicht so beengt da ist. Außer da ist... Übrigens, wir müssen pennen gehen. Ja, und dann aber auch schon die Aufnahme beenden. Ist es schon wieder Tag? Nacht? Tag, Nacht, ja. Tag, Nacht. Schon wieder Tag, Nacht. Oh, fuck. Aber ein Haus zu wenig. Oh. Oh, kacke, wo bin ich? Kacke, wo bin ich da? Wo bin ich denn gelandet? Oh cool, ich bin in der Höhle gelandet, Leute. Ja, geh mal bitte pennen. Ja, okay. Mach mal mit, gehst. Ich hole gerade Eisen ab. Okay. Ich stehe jetzt. Ich bin auf den Weg. Bin schon gleich da. Und ich bin... Oh nein. Ich mach die Decke doch nicht so höher. Ich bin... Da. Weiter, liegst du im Bett? Nee. Ich wusste es. Naja, aber mit dieser Schlaf-Aussicht beenden wir denn auch schon die Folge. Ach ja, gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Ja, so oft gut. Ach man. Malte, ich hab dich schlafen. Mann, schon wieder Tag. Okay. Na dann. Mir kommt die Nacht immer wie ein paar Sekunden vor. Naja, dann schlaft schön, Leute. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.